hallo freundes geile youtube sports willkommen hier zur online meisterschaft nächste strecke ist bei rhein training mit dabei der liebe großartige und gute fahrer scuderia ferrari camillo danke für die schmeichelei virus so ja und ich muss mich entschuldigen wir sind nicht in russland wie ich das im letzten dings gesagt habe ich habe ein vergessen alles klar egal machen wir uns mal der hat der camillo berein da inzwischen vergessen ja passiert halt wenn man schon in ordnung ja und hier kriegt christian wieder keine ultrasoft ist mir egal vielleicht reicht ja wenn ich so wenn ich zum qualifien oder zum rennen ich weiß es nicht ob sie dann da gibt so wir gucken natürlich das erste aus wetter wenn es in berein regnet in der wüste wäre natürlich komisch training bewölkt qualifien bewölkt rennen bewölkt alles klärchen finde ich gut na komm schon machen wir doch glatt also und berein ist natürlich wegen der zeitverschiebung ist natürlich ein bisschen duselig und dämmerig dämmermäßig ja da scheint die sonne wenigstens so aus dem a-loch christian mein kleiner analer freund er wollte mir jetzt schmeicheln das eigentlich nicht aber das hast du gesagt die boxen ausfahrt die geht noch ja die ist sehr sehr human und entgegenkommt aber rein kennt man ja schon hier hat man viel platz auf der strecke größtenteils diese kurve hier mit den geil gestalteten tribünen das haben die echt gut gemacht komisch was mir jetzt auffällt in jeder auf jeder strecke gibt es eine dhl kurve eine dhl kurve die wahrscheinlich nicht so heißen wird aber egal schau da steht da deutsche post drauf die lange bergauf gerade hier habe ich ein bisschen zu früh gebremst doch gottchen so los geht's na hier geht's viel bergauf und runter bei dieser strecke ist wie achterbahn fahren oh ja ok 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 Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Die Zeit, die wird wohl nix. Christian hat bei sich Verkehr. Eie. Ja. Einen habe ich gerade schon überholt. Gut, dass ich mir den Reifen nicht kaputt gefahren habe. Walter Schwede. Walter? Mein Gott, Walter! Weil da ist gerade die Karre ausgebrochen. Ja, Boxenstopp. Ich wollte ja sowieso einen Boxenstopp machen, von daher passt das. Ach, hier ist die Boxen Einfahrt. Alles klar, dann gehen wir mal sofort. Ach, cool. Hier ist die Ausfahrt und Einfahrt auch nicht so lang. Das ist schon mal ein bisschen früher. Den Kollegen reinhauen. Ja, schickt ihn rein. Brauchen neue Füge. Ja. Ja, los, 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 schneller, Jungs. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Allerdings. Hier bestehen nur geringe Mittel zur Verfügung gerade. So. Und ab wieder auf die Strecke. Okay. Hüß, hüß. I can scrape. Hasch, hasch. Eidebei. Bevor die Strecke gleich zu voll wird. Äh. Hahaha. Weil wir wollen ja auch noch eine Zeit fahren. Ich habe ja noch keine gefahren. Ja, das kenne ich immer. Hahaha. Lalalala. Weil wir müssen ja den Virus noch ein bisschen... ärgern die ärgern ja nicht aber das ist ja langweilig wenn du nur alleine hier die blauen zeiten fährst ist ja ja fandor dann habe ich denn jetzt hier vor mir die markt muss und kevin alpha kevin sagt schon alles markt muss und mag ich auch nicht markt muss und ist in echt nämlich auch ein kleines arschloch auf deutsch aber ich kann mir relativ gut an ihm vorbei ist mal gut ich hoffe mal nicht dass wir da vorne auch die virus gruppe auf auf stoßen sage ich mal jetzt die zeit ist im arsch ach wie kommst du noch einmal hinter mich ja ich hatte dreher gerade da das weiß ich zeit ist im arsch habe ich gar nicht gesehen aber jetzt habe ich hier deine zwei freunde vor mir ich weiß dass du das kannst mag weil mein teamkollege ja draußen auf der strecke ist dieser blöde penner das ist doch nicht wahr weil eigentlich reingesimmelt ja ich werde ja durchsichtig gott sei dank dieser blöde hier mein frontflügel was abbekommen ja jetzt ist wegen dem eine jetzt meine zeit im arsch nur weil der vogel mir noch in die karre fahren musste ganz ruhig da eine chance hast du noch la 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 so wollen wir mal gucken ach so du musst jetzt noch eine runde fahren damit eine gute zeit kriegst oder wie war das ja danach können wir werden ja dann weiß ich ob ich dann noch mal rausfahren sollte ich glaube dass wir schneidet sich dann sowieso uns beiden ja vor allem musst du ja dann noch erst aus eine rausfahrrunde fahren deswegen ist das ein bisschen aber du bist jetzt auch gerade in der box oder was ich war jetzt gleich die box also wenn aber dann luis hamilton mit 138 zwei sekunden hinter mir damit 139 der masser bis jetzt liegt bei 136 dann mit 144 125 platz 10 ja ich guck gerade dass ich meine zeit noch verbessert kriege aber so und hat der 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 potters der ist auch noch drinnen der ist auch noch nicht gefahren live übertragung voriges auto nächstes auto was ich habe die schnellste runde gefahren wie soll das denn möglich gewesen sein alter 133 wie geht das denn boxen stopp heftig metal alter gewann wie hat er überholt aber ganz knapp ja der wollte mir noch an die eier jetzt bin ich aber hier ganz schön abgekürzt boxen stopp ja dann holt mich auch ein bitte danke nein 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 egal achso karre kaputt so schnell bist du doch gar nicht dagegen gezimmert ne ich bin aber mit dem reifen gegen die wand gefahren und nicht mit vorne mit dem spoiler so ja dann werde ich ja besser so meine lieben ich würde sagen das war's vom training wir sehen uns beim qualifying wieder macht's gut haut's da rein tschüss tschüss gut auf ne